Ja, Darstellungen für reguläre Sprachen kann man ja eigentlich nie genug haben und deshalb schauen wir uns heute die regulären Ausdrücke an. Da werden Sie sagen, ja endlich macht er das auch mal, das haben wir schon sehr oft gehört, reguläre Ausdrücke in der Informatik sind doch wohl bekannt. Wird Zeit, dass die hier mal zur Sprache kommen. Gebe ich Ihnen ganz recht. Mein Name ist Markus Krötzsch. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei dieser kleinen Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Beim letzten Mal hatten wir uns ja zunächst noch mal mit Operationen auf Automaten beschäftigt. Wir hatten über Abschlusseigenschaften von regulären Sprachen gesprochen und das möchte ich noch mal kurz in Erinnerung rufen, weil wir das heute auch wieder ansprechen werden gleich. Die Idee war es, dass man ja mit bestimmten Operationen, Schnitt, Vereinigung und so weiter, aus Sprachen neue Sprachen bilden kann und wir haben gezeigt, dass alle diese Operationen die Regularität bewahren. Das bedeutet, wenn man sie auf reguläre Sprachen anwendet, dann werden die Ergebnisse auch wieder regulär sein. Und um das zu zeigen, haben wir uns Konstruktionen auf den Automaten angeschaut, die man braucht, um diese regulären Sprachen darzustellen und gezeigt, dass man aus zwei gegebenen Automaten zum Beispiel, die einzelnen Sprachen repräsentieren, immer auch einen bilden kann, der zum Beispiel die Vereinigung dieser Sprachen akzeptiert oder den Schnitt dieser Sprachen akzeptiert. Okay. Und hier habe ich das nochmal zusammengefasst, anhand von Beispielen natürlich nur, aber ich hoffe auch als sinnvolle Gedankenstütze für Sie, als kleinen Spickzettel, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie diese Konstruktionen funktionieren. Es gab auch einen Kommentar zu dem Video, in dem wir die Produktkonstruktionen besprochen haben, nämlich, dass doch in diesem Beispiel der Zustand BD eigentlich überhaupt nicht nötig ist, nicht wahr? Also Sie sehen, da führen zwar Pfeile hin und man kann auch von BD zu sich selbst gelangen, aber wenn man einmal in diesem Zustand ist, dann ist es nicht möglich, noch zu einem Endzustand zu gelangen. Das heißt, an dieser Stelle wird kein Wort akzeptiert werden und wenn ich den Zustand löschen würde, würde die Sprache des Automaten sich dadurch überhaupt nicht ändern. Das stimmt. Ja, das ist so. Die Produktkonstruktion führt nicht immer zu optimalen oder minimalen oder in irgendeiner Weise perfekten Automaten. Selbst dann, wenn die eingegebenen Automaten selbst nicht diese Probleme hatten. Also hier sehen wir, es gibt keine unnützen Zustände, aber im Produkt gibt es dann einen. Das ist einfach das Wesen der Produktkonstruktion. Das kann passieren. Das soll uns aber nicht verunsichern oder stören. Das ist das, was korrekterweise herauskommt bei diesem Algorithmus. Man kann jetzt andere Algorithmen anwenden, um diese überflüssigen Zustände zu finden und zu eliminieren. Wir werden auch noch viel ausgeklügeltere Methoden kennenlernen, mit denen man minimale Automaten bilden kann. Aber es ist sehr hilfreich. Es geht ja hier darum, dass Sie verstehen, welche Ideen der ganzen Sache zugrunde liegen und wie die einzelnen Konstruktionen funktionieren. Und da ist es sehr hilfreich, wenn man die Algorithmen nicht versucht, so perfekt wie möglich zu machen und alle Probleme, die auftreten können, gleich mit besonderen Einzelfällen oder mit besonderen Bedingungen, die im Algorithmus spezifiziert sind, abzufangen. Sondern wenn man sagt, wir konzentrieren uns hier auf das eine Problem, nämlich die Sprache, einen Automaten für den Schnitt der Sprachen zu konstruieren und andere Probleme, wie zum Beispiel den Automaten möglichst klein zu machen, die kann man mit anderen Ideen dann angehen. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund ein praktisches System entwickeln müsste, was sowas tut, dann würde ich natürlich das irgendwie integrieren und versuchen, möglichst effizient zu sein. Aber wenn man die Ideen verstehen will, dann ist es oft besser, man isoliert sie und betrachtet sie einzeln. Und das machen wir in der Regel und wir werden sehen, es gibt auch andere Fälle, in denen man nicht die besten Ergebnisse erhält, aber dafür auf verlässliche Art mit einer gut verständlichen Methode hoffentlich ein Ergebnis, was immer korrekt ist. Okay. Das sind also die Konstruktionen. Und jetzt hatte ich schon gesagt, es gibt natürlich sehr viele Darstellungen formaler Sprachen, die wir schon gesehen haben und speziell für reguläre Sprachen. Hier ist nochmal ein Schaubild. Ich habe das noch ergänzt um die Epsilon-NFA, die Automaten mit spontanen Epsilon-Übergängen, als eine Sonderform der Automaten mit Wortübergängen. Und das sind natürlich die allgemeinste Art von Automaten hier in diesem Schaubild. Das heißt, jeder NFA ist auch ein Epsilon-NFA, der einfach nur keine Epsilon-Übergänge verwendet. Das heißt, es ist klar, dass alles, was hier in DFA oder NFA darstellt ist, aber auch hier darstellt ist. Aber auch die Umkehrung haben wir gesehen durch eine Eliminierungstechnik, mit der man die Epsilon-Transitionen aus dem Automaten wieder entfernen kann. Okay. Also das auch ist alles äquivalent. Und Sie sehen, hier ist noch Platz und da kommen die regulären Ausdrücke hin. Okay. Gut. Aber bevor ich zu regulären Ausdrücken komme heute, möchte ich zunächst einmal noch ein anderes Thema kurz anschneiden oder an einer anderen Stelle beginnen. Und zwar ist das mit den endlichen Sprachen. Endliche Sprachen sind einfach Sprachen, die nur endlich viele Wörter enthalten. Und bevor Sie die Videos hier angeschaut haben, könnten Sie vielleicht gedacht haben, ja endlich, das ist bestimmt das, was praktisch am wichtigsten ist. Ist es natürlich eher nicht. Also viele von den Sprachen, die in der Informatik praktisch wichtig sind, sind unendlich. Wir wollen uns nicht von vornherein einschränken auf endlich viele Möglichkeiten nur. Naja, es gibt eben unendlich viele denkbare Programme in jeder Programmiersprache. Aber es gibt natürlich auch endliche Sprachen, die von Bedeutung sind. Nur ist es meistens nicht nötig, wenn es nur drei Möglichkeiten gibt, also drei verschiedene Wörter zum Beispiel. Dann brauche ich nicht viel Sprachtheorie, um damit arbeiten zu können. Trotzdem kann man sich das anschauen, die endlichen Sprachen. Okay, was ist mit den endlichen Sprachen? Wie verhalten die sich zu den Sprachen, die wir bisher so gesehen haben? Und ein wenig Reflexion zu dem Thema wird Ihnen zeigen, dass natürlich endliche Sprachen sehr einfach sind. Sie könnten zum Beispiel sich vielleicht vorstellen, wie man einen Automaten schreibt, um eine gegebene endliche Sprache zu konstruieren. Und wenn das möglich ist, dann wissen wir, ja, jede endliche Sprache ist regulär. Das heißt also, die endlichen Sprachen sind noch ein speziellerer Fall der kleinsten Sprachklasse, die wir hier betrachtet haben bisher in der Chomsky-Hierarchie. Es sind alles reguläre Sprachen. Und wie gesagt, man könnte das jetzt beweisen, indem man einen Automaten angibt, der für eine gegebene endliche Menge von Wörtern genau diese Wörter akzeptiert und keine anderen. Das würden Sie wahrscheinlich hinbekommen. Ich habe hier einen ganz einfachen Weg, um das zu machen, unter Verwendung der Dinge, die wir schon gelernt haben. Ich verwende einfach einen Automaten mit Wortübergängen. Also der hat einen Startzustand A und für jedes Wort der Sprache, hier W1 bis Wn, habe ich einen Übergang, der direkt zum Endzustand B führt. Nichts anderes kann hier getan werden. Also kann man nur dann akzeptieren, wenn eines dieser N-Wörter gelesen wird, die auch Epsilon sein könnten natürlich. Okay, und wir wissen jetzt aber, dass man die Wortübergänge entfernen könnte, wenn man lieber einen klassischen NFA hier hat, auch einen ohne Epsilon-Übergänge. Das wäre kein Problem. Okay, aber hier sieht man es auf einen Blick, dass die Sprache so akzeptiert wird. Okay, endliche Sprachen sind also regulär. Und wenn wir jetzt überlegen, was das bedeutet in Zusammenhang mit den Dingen, die wir da im letzten Video besprochen haben, dann gibt es uns ja einen ganz interessanten Ansatz, um über reguläre Sprachen nachzudenken. Nämlich einerseits sind die endlichen Sprachen regulär, andererseits ist jede Sprache, die ich durch Schnitt, Vereinigung, Komplement, Sternen oder Konkoordination bilden kann aus regulären Sprachen, auch wieder regulär. Das heißt, was man ja jetzt tun könnte, ist, man würde mit den endlichen Sprachen anfangen und dann neue Sprachen bilden, indem man diese Operationen anwendet. Wären das überhaupt neue Sprachen oder kommen da immer endliche raus? Der Schnitt zwei endliche Sprachen ist natürlich wieder endlich, aber in anderen Fällen wird die Endlichkeit verloren gehen, wenn Sie eine Operation darauf anwenden. Der Klinischstern zum Beispiel erlaubt beliebig viele Wiederholungen von Wörtern und das heißt, Sie haben dort beliebig lange Wörter und mit dem Klinischstern können Sie also auch aus einer endlichen Sprache eine unendliche machen. Ebenso mit dem Komplement, ja. Die Komplimente endlicher Sprachen sind die Sprachen, denen nur endlich viele Wörter fehlen, also die Kofiniten sozusagen. Die sind natürlich auch unendlich. Und so könnten Sie also aus endlichen Sprachen unendliche konstruieren und die könnten Sie wieder schneiden und so weiter. Und eine natürliche Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, welche regulären Sprachen kann man mit diesen Operationen aus endlichen Sprachen konstruieren? Also wenn ich nur von diesem einfachen Grundfall ausgehe, den endlichen Sprachen, wie weit komme ich dann mit diesen Operationen? Wir wissen, die endliche Sprache selbst sind sehr beschränkt, aber wenn ich die Operationen darauf zulasse, bekomme ich natürlich mehr. Die Frage ist, wie viel mehr? Und die überraschende Antwort auf diese Frage hier ist, dass man damit auf diesem Wege aus endlichen Sprachen tatsächlich alle regulären Sprachen konstruieren kann. Das heißt also, bisher haben wir nur gesagt, diese Operationen schaffen es nicht, uns aus der Klasse der regulären Sprachen rauszubringen. Zwei reguläre Sprachen geschnitten gibt immer noch eine reguläre. Aber was wir jetzt behaupten ist, dass diese Operationen auch mächtig genug sind, um auch selbst aus kleinen Bestandteilen, den endlichen Sprachen nämlich, beliebige reguläre Sprachen aufzubauen. Ich brauche nicht mehr als das. Okay. Und es gilt sogar noch mehr. Man braucht nicht mal alle Operationen, die aufgeführt waren. Man braucht nicht den Schnitt und man braucht auch nicht das Komplement. Satz. Alle regulären Sprachen können durch Anwendungen von Vereinigung, Konkatenation und Sternen aus endlichen Sprachen konstruiert werden. Und das ist doch schon ganz schön toll, oder? Man braucht nicht mal alle endlichen Sprachen natürlich, denn natürlich kann man die meisten endlichen Sprachen auch aus noch einfacheren Sprachen zusammensetzen, wenn man wollte. Das steht hier unter dem Satz geschrieben. Mit Konkatenation und Vereinigung kann man jede endliche Sprache auch einfach aus der leeren Sprache, der Sprache, die nur das leere Wort enthält, und den Sprachen, die nur ein elementiges Wort enthalten, jeweils zusammensetzen. Also, das können Sie sich leicht überlegen, wie das funktioniert. Okay, gut. Das heißt also, man braucht wirklich nur ganz einfache kleine Sprachen, im Prinzip nur eine Sprache für jeden Buchstaben und dann kann man alles andere mit den Operationen bilden. Okay, schön. Das ist natürlich ein ganz schöner Brocken, so eine Behauptung jetzt hier aufzustellen. Jetzt ist die große Frage natürlich, wie beweist man das? Wie kann man zeigen, dass man wirklich alle Sprachen so konstruieren kann? Das wird ein bisschen dauern, das schaffen wir auch nicht ganz in diesem Video und das schaffen wir auch nicht gleich im nächsten, aber es wird hier gezeigt werden. Okay. Zunächst einmal können wir sagen, wenn dieser Satz gilt, dann kann man daraus eine sehr schöne und allgemeine Aussage über die regulären Sprachen selbst ableiten. Man kann nämlich sagen, die Klasse der regulären Sprachen ist die kleinste Klasse von Sprachen mit den folgenden Eigenschaften. Erste Eigenschaft, sie enthält die leere Sprache, die Sprache mit dem leeren Wort und die Sprachen, die nur das einelementige Wort für jeden Buchstaben des Alphabets enthalten. Und sie ist abgeschlossen unter diesen drei Operationen. Und das definiert die regulären Sprachen. Es ist eine Art, die regulären Sprachen zu definieren, ohne dass man ein bestimmtes Automatenmodell oder eine bestimmte Art der Erzeugung durch Grammatiken zugrunde legt. Einfach nur durch allgemeine mathematische Eigenschaften und sehr einfache Operationen. Und das zeigt einmal mehr, dass die regulären Sprachen eine ganz besondere Sprachfamilie sind, die also irgendwie sehr natürlich entsteht, wenn man einfach irgendetwas versucht mit Wörtern und sie in irgendeiner Weise zu Sprachen zusammensetzt. Also das sind ja keine sehr exotischen Operationen, die wir verwendet haben, sondern eigentlich relativ einfache und naheliegende Arten, wie man Dinge zusammenbaut. Okay, eine kleine Bemerkung hier. In diesem Satz spreche ich von der kleinsten Klasse von Sprachen mit den folgenden Eigenschaften. Wenn man so eine Formulierung verwendet, dann ist das immer eine induktive Definition, die hier zugrunde liegt. Induktiv insofern, als dass man sagt, es gibt natürlich viele Klassen von Sprachen, die diese Eigenschaften erfüllen. Zum Beispiel die Klasse aller Sprachen hat offenbar auch die Eigenschaften, dass diese Sprachen enthalten sind und dass sie abgeschlossen ist. Denn da alle Sprachen in der Klasse sind, ist auch jede Sprache, die man durch diese Operationen erzeugen kann, schon darin enthalten. Aber das ist nicht die, die wir meinen. Wir meinen die kleinste. Und induktiv hier, wenn ich das als Wort verwende, das können Sie ruhig so ähnlich verstehen wie beim Induktionsbeweis, dass wir von den einfachen Fällen zu den komplizierteren gelangen. Also die einfachen Fälle sind die Grundfälle, die hier gegeben sind und die komplizierteren Fälle sind dann die, die man durch Anwendung der Operationen aus den einfachen Fällen Schritt für Schritt aufbauen könnte. Und nur das, was man so erreicht und was auf diese Art erzeugt wird, soll in dieser Klasse von Sprachen enthalten sein. Das meine ich mit Induktiv und das meine ich mit diesem kleinen Schlüsselwort kleinste Klasse. Wenn man das nicht sagen würde und schreiben würde, ist eine Klasse von Sprachen mit diesen Eigenschaften, dann wäre es wie gesagt viel, viel schwächer, weil es nicht eine bestimmte, sondern irgendeine bezeichnen würde, die diese Eigenschaften hat. Okay, also das sehen Sie vielleicht häufiger, auch in den Videos hier, dass ich mal von einer kleinsten Menge spreche, die eine bestimmte Eigenschaft hat. Okay, gut. Das heißt, wir können die regulären Sprachen so definieren und jetzt müssen wir das natürlich beweisen. Ja, und da kommen wir zum eigentlichen Thema. Sie haben vielleicht sich schon gewundert, was ist hier mit regulären Ausdrücken? Hat er das nicht versprochen? Und das ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Progehensweise, denn Sie ahnen schon, diese Operationen, die man braucht, sind auch repräsentiert in den Operationen, die man verwendet, um reguläre Ausdrücke zu bilden. Das werden wir gleich sehen. Das heißt, wir definieren zunächst einmal diese Darstellungsform für Sprachen, die regulären Ausdrücke. Und das ist dann einfach eine neue Darstellungsform für Sprachen, so wie Grammatiken und Automaten, ist das dann noch die dritte, ganz anders geartete Darstellungsform, mit der wir uns befassen. Und wir werden dann zeigen, dass diese genau die regulären Sprachen darstellen. Das machen wir wieder, indem wir sie mit den anderen Darstellungsformen vergleichen und zeigen, dass man das hin und her übersetzen kann. Okay, gut. Also definieren wir es mal. Ja, reguläre Ausdrücke. Reguläre Ausdrücke, wie gesagt, sind kompakte, einfache Darstellungen von Sprachen und die benutzen eine bestimmte Syntax, die hier beschrieben wird. Die Menge der regulären Ausdrücke über einem Alphabet Sigma ist induktiv wie folgt definiert. Und ich habe gerade schon was dazu gesagt, was ich mit induktiv meine. Die Bedeutung ist auch hier so zu verstehen. Es ist die kleinste Menge, die alle diese Eigenschaften erfüllt. Die leere Menge ist ein regulärer Ausdruck. Also dieses Zeichen, was für die leere Menge steht, ist ein regulärer Ausdruck. Ich bin hier ein bisschen pingelig. Was wir natürlich definieren, wenn wir reguläre Ausdrücke einführen, ist Syntax. Das heißt, ein regulärer Ausdruck ist zunächst mal eine Zeichenkette. Und ich bin hier streng syntaktisch. Das sind also, auch wenn diese Symbole uns an Sprachen erinnern oder an Wörter erinnern, meine ich hier zunächst nur einfache Zeichen, die ich aufschreiben kann und die dann diesen Ausdruck bilden. Also dieses Zeichen ist ein regulärer Ausdruck. Das wird für die leere Sprache stehen. Epsilon ist ein regulärer Ausdruck. Das wird für das leere Wort stehen. A ist ein regulärer Ausdruck für jedes Terminalsymbol A in unserem Alphabet. Und darüber hinaus gilt, das sind also die Grundfälle, die drei und jetzt kommen die rekursiven Fälle oder die induktiven Fälle. Wenn Alpha und Beta reguläre Ausdrücke sind, dann auch der Ausdruck Alpha gefolgt von Beta, also einfach hintereinander geschrieben mit Klammern darum. Der Ausdruck Alpha senkrechter Strichblätter, Pipe mit Klammern darum. Und der Ausdruck Alpha mit Sternen, auch hier setze ich Klammern, um sicherzugehen, dass der Stern sich auf den ganzen Ausdruck Alpha bezieht und nicht irgendwie fehlerinterpretiert wird. Das sind also reguläre Ausdrücke. Es gibt Fälle oder Bücher, Literatur, die Sie vielleicht sehen, auch Onlinequellen, in denen reguläre Ausdrücke etwas anders geschrieben sind. Es ist so ein weitverbreiteter Formalismus, dass es tausend syntaktische Formen dafür gibt. Also zum Beispiel wird manchmal das Plus verwendet statt die Pipe oder ein Konkatenationssymbol in Form von so einem Kringel oder einem Punkt eingeführt, anstatt einfach die Ausdrücke nebeneinander zu schreiben. Das ist alles äquivalent. Man muss bloß sich jeweils einlesen in die jeweilige Notation. Aber die grundsätzlichen Operationen werden immer die gleichen sein bei regulären Ausdrücken. Hier ein paar Beispiele regulärer Ausdrücke. Also das sind Ausdrücke, die man nach diesen Konstruktionsvorschriften hier bilden kann. Hier haben wir zweimal ein Terminalsymbol, ein Alphabetssymbol verwendet als Start und haben dann auf das eine Stern angewendet und sie dann konkateniert. Oder auch hier so ein Ausdruck, der, wenn Sie sich überlegen, was Epsilon ist, nicht sehr viel Sinn ergibt erstmal. Also dieser Ausdruck ist ein wirklich rein syntaktisches Gebilde, was natürlich am Ende nichts weiter darstellt als das leere Wort mit sehr viel Klammern. Aber nach der Vorschrift hier oben kann man das so bilden. Okay, gut, das sind reguläre Ausdrücke. Was die bedeuten sollen, also was die Semantik dieser Syntax ist, können wir auch relativ leicht uns denken und das werden wir auch gleich besprechen. Als kurzer Einschub noch an der Stelle. Natürlich kann ich reguläre Ausdrücke, weil sie eben so syntaktisch sind, auch als formale Sprache auffassen. Also die Ausdrücke selbst als formale Sprache auffassen, ohne sie zu interpretieren, einfach als syntaktisches Gebilde. Und das könnte ich auch durch eine kontextfreie Grammatik beschreiben. Das Alphabet dieser Grammatik hätte die Terminalsymbole aus dem Alphabet, über dem ich arbeite und zusätzlich disjunkt, also nicht in der anderen Menge enthalten, die Symbole für die leere Menge, Epsilon, die Klammern, Pipe und Stern. Und dann wäre die Grammatik zum Beispiel so aufzuschreiben. Ich habe ein Startsymbol, das kann also durch bestimmte Dinge ersetzt werden, auch durch a ein Alphabetsymbol. Und ich kann auch wieder rekursive Regeln verwenden, um mehrere Ausdrücke, die diesem S folgen, miteinander zu kombinieren oder mit dem Stern zu versehen. Okay, so wird es gern geschrieben, auch in der Bücher zum Beispiel. Aber nicht immer, wenn wir Grammatiken verwenden, um eine Syntax kompakt darzustellen, verwenden, wird es genau so geschrieben. Und Sie sehen vielleicht auch mal andere Darstellungen, deshalb möchte ich das gleich noch an der Stelle besprechen. Und eine Vereinfachung, wenn man so will, oder vielleicht Verdeutlichung der Syntax in manchen Fällen, ist es, dass man sich dieses a hier zum Beispiel spart und einfach Mengen von Nicht-Terminalsymbolen direkt in der Grammatik zulässt. Also ich schreibe einfach an der Stelle hier Sigma und meine damit ein beliebiges Symbol aus Sigma. Oder vielleicht könnte man es auch so interpretieren, die Liste der Symbole aus Sigma mit einem Strich dazwischen, dass da Alternativen sind. Das wird oft gemacht, sehen Sie ja häufig in Büchern, so ist es zu interpretieren, dass im Prinzip diese Regel kurzfährst. Eine andere Schreibweise, die man auch häufig sieht, ist, dass man unterschiedliche Nicht-Terminale verwendet. Das ist ein bisschen informell, aber es hilft manchmal bei der Lesbarkeit. Was ich hier gemacht habe, ist also Alpha als einen allgemeinen regulären Ausdruck zu schreiben und zu sagen, Alpha besteht also entweder aus diesen Grundformen, wie gehabt, oder aber aus Alpha gefolgt von Beta oder Alpha mit Strich Beta oder Alpha Stern. Man könnte auch hier das Alpha noch durch etwas anderes ersetzen. Oder was manchmal gemacht wird, ist, dass Alpha und Komma, Beta auf der linken Seite steht, um zu zeigen, dass die beide Subausdrücke nach dieser Regel gebildet werden. In jedem Fall ist es ein bisschen eine informelle Darstellung, aber es hilft manchmal, besser zu verstehen, dass natürlich der erste Ausdruck und der zweite Ausdruck in dieser Produktionsregel letztlich nicht die gleiche Expansion haben müssen. Also wenn ich das so schreibe hier als zwei Nicht-Terminal-Symbole S, dann könnte man ja vielleicht denken, dass hier der gleiche Ausdruck doppelt vorkommen muss, was natürlich nicht so ist bei einer Grammatik. Ich kann das erste S durch etwas anderes ersetzen als das zweite, aber in dieser Darstellung wird das ein bisschen expliziter gemacht. All das finden Sie und sollte Ihnen hoffentlich verständlich sein, wenn Sie es irgendwo antreten. Also reguläre Ausdrücke, selbst eine reguläre Sprache. Okay, jetzt zur Semantik. Die Semantik ist genau so, wie Sie das auch schon erwarten. Das heißt, wir benutzen die Operationen, über die ich am Anfang gesprochen habe, um die verschiedenen Operatoren der regulären Ausdrücke zu interpretieren. Und wir interpretieren die Grundfälle in der offensichtlichen Art und Weise. Also die Sprache L-Alpha, eines regulären Ausdrucks Alpha, definiere ich rekursiv. Rekursion ist immer irgendwie der Zwillingsbruder der Induktion. Ja, wir haben induktiv definiert, wir werden jetzt rekursiv die Sprache definieren. Das passt natürlich zusammen und ergibt Sinn. Hoffentlich induktiv von unten nach oben, rekursiv von außen, von oben nach unten, von außen nach innen, wenn Sie so wollen. Und dabei beginne ich mit den Grundfällen. Dieses leere Mengensymbol hat die leere Sprache als zugewiesene Sprache. Epsilon hat die Sprache, die nur das leere Wort enthält, als Semantik. Und das Terminalsymbol A steht für die Sprache, die nur A als Wort enthält, als ein Elementiges. Hintereinanderschreibung bedeutet Konkatenation von Sprachen. Der senkrechte Strich steht für die Vereinigung und der Stern steht für den Stern. Okay, das ist schon alles. Auf die Art korrespondiert also jeder reguläre Ausdruck zu einem Ausdruck über Mengen von Wörtern, aus dem man dann eine Sprache berechnen kann. Und hier ist ein Beispiel, in dem man sieht, wie diese rekursive Funktion jetzt Schritt für Schritt angewendet werden könnte, um einen Ausdruck zu übersetzen. Ich möchte also mit dem Ausdruck, Klammer auf, Klammer auf, A, B, Klammer zu, Klammer zu, Stern beginnen. Und da sind eine Menge Klammern drin, die bei unserer Darstellung gefordert werden. Da werde ich gleich noch was dazu sagen. Und wir wollen jetzt die Sprache dieses Ausdrucks ermitteln. Was ist das für ein Ausdruck? Das ist ein Ausdruck der Form Alpha in Klammern Stern. Das heißt, wir müssen zunächst nur den Stern nach draußen ziehen. Ich setze auch die Klammern nach draußen. Ich habe also noch L von dem inneren Teil des Ausdrucks zu berechnen. Und das wird dann mit dem Klinik-Stern über als Mengenoperation aufgefasst behandelt. Das, was jetzt hier steht, ist die Konkordination zweier Ausdrücke. Die wird in die Konkordination der entsprechenden Sprachmengen übersetzt. Die Sprachmengen sind jetzt einfach die einelementigen Mengen für die Terminalsymbole. Und das kann ich jetzt noch vereinfachen, weil natürlich die Konkordination dieser einelementigen Mengen hier nur das eine Wort AB enthält. Und das heißt, das ist die Semantik für diesen Ausdruck. Okay. Und gut, jetzt werden Sie sagen, das habe ich ja gleich gesehen. Aber das ist das, was man machen muss, um so eine rekursive Funktionsanwendung oder Definition anzuwenden. Und das zu erhalten. Natürlich sind reguläre Ausdrücke schon von vornherein so definiert, dass diese Korrespondenz recht offensichtlich ist und dass man auch gleich sehen kann, was rauskommt. Das ist natürlich beabsichtigt, ja. Okay. Das zur Semantik. Mit Hilfe dieser Semantik können wir natürlich auch darüber sprechen, wann zwei reguläre Ausdrücke äquivalent sind. Das heißt, wann sie die gleichen Sprachen kodieren. Und das schreiben wir hier mit diesem dreistrichigen Gleichheitssymbol, dem Äquivalenzzeichen. Alpha äquivalent zu Beta. Genau dann, wenn die Sprache von Alpha gleich ist zur Sprache von Beta. Es gibt viele Äquivalenzen, auch viele, die nicht so offensichtlich sind vielleicht. Aber einige sind sehr leicht aus den Operationen abzuleiten. Wir hatten schon mal über verschiedene Rechengesetze für die Mengenoperationen gesprochen. Und all diese Rechengesetze kann man auch genauso auf die regulären Ausdrücke übertragen, weil sie da natürlich genauso gelten. Also zum Beispiel ist die Vereinigung kommutativ und sie haben bestimmte Assoziativgesetze oder Distributivgesetze hier in dem Fall. Assoziativgesetze natürlich auch. Epsilon, Stern ist das gleiche wie Epsilon und so weiter und so fort. Also all diese Dinge folgen unmittelbar aus dieser Semantik, die ich Ihnen gerade eingeführt habe. Okay. Gut. Damit wissen Sie jetzt, wie reguläre Ausdrücke zu interpretieren sind. Und auch zu einem gewissen Grad, wie man mit ihnen rechnen könnte, wenn man sie umformen will, kann das manchmal nützlich sein. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen was vereinfachen in der Schreibung, wenn man mit den Ausdrücken arbeitet, damit sie nicht ganz so reich an Klammern sind insbesondere. Also Sie können sich leicht denken, reguläre Ausdrücke kann man mit weniger Klammern schreiben. Das erreicht man in der Regel in der Informatik zunächst dadurch, dass man Vorrang zwischen den Operatoren definiert. Und das machen wir so ähnlich wie bei den Mengenoperationen. Wir sagen, dass der Stern stärker bindet als die Konkordination, die wiederum stärker bindet als die Vereinigung. Also das bedeutet, wenn wir einfach diesen Ausdruck hier schreiben, A, B Stern vereinigt mit B, C, dann ist das die Kurzschreibweise für dieses Gebilde, welches deutlich mehr Klammern enthält und das der formalen Sprache entsprechen wird. Das ist praktisch und nützlich und sollte man in vielen Fällen so anwenden, weil es oftmals auch wirklich leichter ist, die Ausdrücke zu lesen. Aber wenn man im Zweifel ist, wie was zu interpretieren ist, immer besser ein paar Klammern mehr zu setzen. Damit macht man garantiert nichts falsch. Okay, das ist die vereinfachte Klammerung. Das bedeutet natürlich, dass man relativ viele Klammern schon einsparen kann, aber noch nicht alle. Durch die Bindung ein anderes Mittel, um Klammern einzusparen, ist noch die Assoziativität von Konkordination und der Alternative, der Vereinigung. Und das ist das, was ich gerade schon fast bei den Rechengesetzen mit erwähnen wollte. Und was Sie natürlich auch schon wissen, dass Alpha gefolgt von Beta und Gamma das gleiche ist wie Alpha gefolgt von Beta gefolgt von Gamma. Und ebenso gilt es bei der Vereinigung. Die Klammerreihenfolge hier spielt keine Rolle. Und das bedeutet, wenn wir solche Ausdrücke haben, die mehrmals die gleiche Operation in Folge anwenden, dann müssen wir keine Klammern setzen, da es an der definierten Sprache keinen Unterschied macht, wie wir Klammern. Das heißt, auch diese Klammern können wir noch weglassen, obwohl das natürlich nicht wegen der Vorrangregeln ist. Also die Konkordination kann nicht Vorrang vor sich selbst haben. Das ist nicht der Fall, aber trotzdem lassen wir hier bestimmte Klammern. Gut, das ist sehr schön. Das spart sehr viele Klammern ein und vereinfacht die Schreibung dramatisch. Zum Beispiel könnten Sie so eine Zeichenkette hier haben, die 101010 lautet. Dann gäbe es für diese vereinfachte Schreibweise, wenn das ein regulärer Ausdruck sein soll, sehr viele verschiedene Klammerungen. Hier steht auch wie viele? Genau 42, was sich sehr schön trifft. Es ist die größte natürliche Zahl, deren Binärdarstellung, die übereinstimmt mit der Anzahl der Klammerungen, die es gibt für diesen Ausdruck als regulären Ausdruck. Und Sie sehen hier ein paar dieser Beispiele. Wenn Sie sich das genau überlegen wollen, können Sie das gerne mal machen. Wie viele Klammerungen gibt es eigentlich für eine Zeichenkette mit N-Symbolen? Ist nicht ganz trivial. Kann man sich ein bisschen drüber den Kopf zerbrechen oder im Internet suchen. Okay, alles klar. Gut, das ist also die Vereinfachung bei der Klammerung, die wir vornehmen wollen. Und es gibt noch mehr Kurzschreibweise, die Sie manchmal in der Literatur antreffen. Sehr populär ist das Pluszeichen, das wir auch schon bei den Mengenoperationen verwendet haben, dass einfach die Kurzschreibung ist für Alpha gefolgt von Alpha Stern. Also wir haben ein oder mehr statt null oder mehr. Fragezeichen wird manchmal zugelassen für die Möglichkeit, Alpha wegzulassen. Also optional ist Alpha, Alpha oder Epsilon. Und es gibt auch solche Kurzschreibweisen, in denen man N und M als natürliche Zahlen benutzt, um zu sagen, dass zwischen N und M Wiederholungen eines bestimmten Teilausdrucks hier bekommen dürfen. Das lässt sich gar nicht mal so einfach und kompakt aufschreiben in einem regulären Ausdruck. Da müsste man also eine Alternative zwischen all diesen Möglichkeiten verwenden. Okay, das sind Kurzschreibweisen, die man auch in Lehrbüchern häufig findet, wenn mit sowas gearbeitet wird. Es gibt noch weitere Kurzschreibweisen, die Sie eher in der Anwendung finden, wenn Sie mit regulären Ausdrücken in Software zum Beispiel arbeiten. Ja, da gibt es sogenannte Character Classes für reguläre Ausdrücke. Zum Beispiel Punkt als Kurzschreibweise für ein beliebiges Symbol aus dem Alphabet. Also das, was genau der reguläre Ausdruck ist, der, den das kodiert, hängt natürlich vom Alphabet ab. Könnte ein sehr großer regulärer Ausdruck sein, wenn Sie in Unicode arbeiten und hier beliebige Glyphs zulassen. Es gibt auch diese verbreitete technische Schreibweise mit eckigen Klammern, in denen man eine Liste von Zeichen einfach hintereinander schreibt, die, um zu sagen, es ist ein beliebiges Symbol aus dieser Liste zulässig, die drei Punkte hier sind nicht Teil der Syntaxe, sondern einfach nur ein Anzeichen dafür, dass hier noch mehr Zeichen stehen dürfen. In der Praxis schreibt man die Zeichen alle hintereinander. Also jedes Zeichen sollte wirklich nur ein Charakter sein. Wenn man mit so einer Charakterklasse mit einem Hochpfeil beginnt, dann wird das manchmal als Negation interpretiert. Das heißt, man hat die Liste genau der Zeichen, die nicht in dieser Liste vorkommen oder die Vereinigung genau dieser Zeichen, die nicht darin vorkommt. Das kann auch wieder eine sehr lange Liste sein, wenn wir ein großes Alphabet haben. Und es gibt viele weitere technische Kurzschreibweisen für bestimmte, häufig verwendete, ähnliche Sprachen, die man in seinen regulären Ausdrücken braucht, zum Beispiel Blank für Leerzeichen oder Digit für Ziffern oder sowas. Also da gibt es viele Varianten. Okay. Jetzt werden Sie sagen, toll, da kann ich mir ja eine Menge sparen. Ich schreibe einfach überall immer alles mit möglichst vielen Kurzschreibweisen. Ja, denken Sie darüber nach, ob sich der Aufwand wirklich lohnt, Dinge sehr stark abzukürzen. Manchmal wird es weniger lesbar, wenn man sehr viele seltene Kurzschreibweisen verwendet. Das, was hier im grauen Kasten steht, werden wir sicherlich innerhalb der Grundlagenausbildung in der eher theoretischen Informatik nicht so sehr benutzen wollen. Aber auch die anderen Sachen werden wir wahrscheinlich eher nicht brauchen, denn wir sind ja nicht in dem Geschäft, wo man besonders viele reguläre Ausdrücke schreiben muss. Es ist jetzt nicht, dass wir Programmierer oder Programmiererinnen für reguläre Ausdrücke wären, sondern wenn wir reguläre Ausdrücke verwenden, dann ist es oft nur in einzelnen Beispielen und, was auch sehr häufig vorkommt, in Beweisen, in Definitionen, um was zu erklären. Und das ist auch der Grund, warum in der Theorie, in der theoretischen Informatik Kurzschreibweisen meistens gemieden werden. Also Theoretikerinnen meiden Kurzformen, einfach weil es mehr Arbeit ist. Jede Form, die Sie einführen als Teil einer Sprache, muss ja in jedem Beweis, den man erbringt, mitbehandelt werden. Das gibt immer einen Sonderfall. In jeder Definition einer rekursiven Funktion muss ich für jede Form aufschreiben, wie man damit umgeht. Und das heißt, oftmals versucht man Sprachen zunächst erstmal minimal zu definieren. Und da man viel mit den Sprachen allgemein arbeitet, reicht diese Minimaldarstellung auch oft aus. Also Kurzform, schön in der Praxis, aber wenn Sie was über die regulären Ausdrücke allgemein sagen wollen, manchmal nicht unbedingt nützlich. Damit hätten wir schon ein bisschen die Brücke zur Praxis und auch den Hinweis, dass es vielleicht einen Unterschied gibt zwischen regulären Ausdrücken in der Theorie und in der Praxis. Und den gibt es tatsächlich. Also reguläre Ausdrücke kommen ja in jeder Programmiersprache vor und auch in vielen Tools, die Sie vielleicht benutzen, ob das jetzt Z ist oder irgendein Perl-Ausdruck, den Sie mal schnell brauchen, um irgendetwas zu extrahieren aus einer Textdatei oder irgendetwas zu finden. Diese Art von regulären Ausdrücken wird oft in der Praxis als Regex bezeichnet. Und das ist nicht nur deshalb, weil man sich das lange Wort verkürzen möchte, sondern auch tatsächlich, weil Regex etwas konzeptionell durchaus anderes sind als die regulären Ausdrücke, die wir hier gesehen haben. Und das hat mehrere Gründe. Also die Anwendungen, wo diese Art von regulären Ausdrücken vorkommen, sind vielfältig. Ja, Mustererkern von Texten, alles was mit Tokenization zu tun hat, auch ein Suchen nach Mustern in Datenbanken, da braucht man sowas. Aber gerade wenn es darum geht, in Texten zu arbeiten, sind die Anforderungen und die Anwendungsfälle doch um einiges nochmal anders als das, was wir hier in der Vorlesung sehen. Und der eine Grund dafür ist schon mal, dass es um Mustererkennung geht. Unsere Ausdrücke, wie wir sie bisher definiert haben, definieren ja nur eine Sprache. Und ich könnte jetzt so einen Ausdruck nehmen und fragen, ist dieses Wort in der Sprache? Das ist aber normal, also nicht das, was Sie in der Praxis machen wollen. Sie wollen vielmehr Matches für das Wort in einem Text finden. Also Sie haben einen längeren Text und Sie suchen Wörter, die zu der Sprache dieses regulären Ausdrucks gehören, im Text selbst. Und das ist eine durchaus andere Aufgabe, die man als Pattern Matching bezeichnet. Also man hat die zwei Teile bei dieser Aufgabe. Erstens muss man die Suchwörter selbst spezifizieren. Man muss sagen, wonach suche ich? Und zweitens muss man die Suche nach diesen Wörtern im Text in irgendeiner Weise steuern. Und dieser Teil benötigt zum Beispiel die Unterscheidung von Greedy und Lazy Matching. Also versuche ich, möglichst große Textbausteine in der Sprache zu finden oder möglichst kurze. Oder wie genau soll das vonstatten gehen? Also es ist nicht immer eindeutig, welche Vorkommen in einem Text sind von einer bestimmten Sprache. Das muss man irgendwie kontrollieren. Ein anderer Aspekt, der in der Praxis sehr nützlich ist und hilfreich, sind Referenzen innerhalb von Regexps. Die Referenzen sind Teilausdrücke in so einem Regexp, die es uns erlauben, auf andere schon gematchte Teile Bezug zu nehmen. Und dadurch so etwas zu sagen wie, ich möchte, dass der Teil, der am Anfang gefunden wurde, um ein bestimmtes Muster zu erfüllen, am Ende hier nochmal vorkommt. Also ich möchte das referenzieren und mich darauf beziehen. Wenn man das erlaubt, kann man viele tolle Dinge machen, aber es stellt sich heraus, es sind keine regulären Sprachen mehr. Also das ist vielleicht der größte praktische Unterschied. Praktische Regexps definieren keine regulären Sprachen, sondern definieren andere Sprachen, die deutlich komplizierter sein können. Okay. Und dann, ja, vielleicht ist auch das der größte praktische Unterschied. Wenn ich einen regulären Ausdruck in einer Programmiersprachensyntax aufschreiben möchte, ob es jetzt in Perl ist oder in irgendeinem anderen Format, dann muss ich das natürlich irgendwie bewerkstelligen mit den beschränkt vielen Zeichen, die ich auf meiner Tastatur zur Verfügung habe und muss trotzdem es irgendwie erlauben, dass man die gleichen Zeichen, die ich für die Beschreibung des regulären Ausdrucks verwende, auch im Text suchen kann. Und um das hinzubekommen, muss man ziemlich komplizierte Escaping-Regeln einführen, also Steuerzeichen von Alphabet-Symbolen irgendwie unterscheiden. Das ist meistens das, was praktisch am aufwendigsten ist. Wenn jemand ein Problem hat mit einem regulären Ausdruck, der nicht so funktioniert, wie er soll und dann Fragen stellt auf irgendeiner Online-Plattform, sehen Sie sowas ja oft, dann liegt das meistens daran, dass das Escaping so kompliziert ist und dass man das, was man eigentlich sagen wollte, nicht richtig kodiert hat in diesem Ausdruck. Damit müssen wir uns zum Glück nicht herumschlagen. Ich nehme einfach unterschiedliche Textfarben, zum Beispiel, wenn ich hervorheben will, dass etwas ein Alphabet-Symbol und kein Meta-Zeichen ist. Das geht natürlich in dem Programm so nicht. Okay, gut. Also es gibt gewisse Unterschiede und die sind doch recht erheblich, gerade auch aus theoretischer Sicht recht erheblich. Trotzdem haben auch praktische reguläre Ausdrücke natürlich als wichtigen Bestandteil die Operationen, von denen wir heute gesprochen haben. Okay, das war die Einführung in reguläre Ausdrücke in der theoretischen Informatik. Wir wollen als nächstes natürlich uns daran machen, diese große Behauptung, die ich am Anfang aufgestellt habe, auch zu beweisen, nämlich, dass diese regulären Ausdrücke genau die regulären Sprachen erkennen oder beschreiben können. Und dazu werden wir einiges tun müssen, um da hinzukommen. Das kommt dann in den nächsten Videos. Ich hoffe, wir sehen uns da gleich wieder. Bis dahin, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.